Sind Sie sich auch immer total sicher gewesen, dass der Weihnachtsmann gar kein freundlicher Mann mit rotem Mantel ist und der Geschenke bringt, sondern ein großes Monster mit übergroßen Zehen? Waren Sie sich auch schon immer sicher, die Welt ist eine Scheibe, getragen von Elefanten auf dem Rücken einer Schildkröte? Sind Sie sich auch sicher, dass die Zahnfee eine existenziell wichtige Persönlichkeit ist? Dann sind Sie bei Terry Pratchett genau richtig aufgehoben. Terry Pratchett ist ein Schriftsteller, der wunderschöne Bücher und Geschichten über die Scheibenwelt geschrieben hat. Nicht nur in eine Richtung, sondern in mehrere. Übrigens auch über den Tod, der sehr freundlich wegkommt bei ihm. Er hat einen Gelehrling und nun ja, wenn Sie Interesse an solcherlei Dinge haben, lesen Sie sich in Terry Pratchett Scheibenwelt ein. Wunderschöne Geschichten, sehr schön geschrieben, sehr schön dem Wahnsinn umrahmt. Genießen Sie es. Lesen Sie Terry Pratchett.